Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wie bekämpft man seine Sünden? Wie bekämpft man seine Sünden? Ein Drittel des Korans sind Geschichten von Propheten. Und wir sehen, dass diese Propheten zu verschiedenen Völkern gekommen sind, mit verschiedenen Problemen. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von Lud, a.s. Er ist zu einem Volk gekommen, deren Problem in ihren Schahawait, in ihren Gelüsten, in ihren geschlechtlichen Gelüsten, in Sinai, in Unzucht lag. Andere Propheten sind zu Völkern gekommen, z.B. Schuai, deren Problem darin lag, im Handel mit Geld. Und hier ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. So gut wie jeder Mensch hat seine spezifischen Probleme. Du musst erst mal erkennen, wo ist dein Problem. Der eine raucht, der eine säuft, der eine ist, wie gesagt, in Gelüsten versunken bis hier oben, der andere mit Geld, da wird er betrügerisch. Und manche haben Wut. Es kam ein Mann zum Propheten und sagte, gib mir einen Ratschlag. Er sagte, werde nicht wütend. Und er wiederholte das immer wieder und er sagte, werde nicht wütend. Aber das Gute ist, wenn man seine, sein Problem kennt. Wenn man sein Problem kennt. Wie kann man jetzt seine Probleme beseitigen? Wie kann man von den Sünden Abstand nehmen? Die erste Sache ist, man muss sich ein gutes Umfeld suchen. Es gab einen Mann, der hat 99 Menschen getötet. Und dann ging er zu einem Abit, zu jemandem, der ein Diener ist. Und der Diener meinte zu ihm, du hast keine Chance. Weil der Diener hatte kein Wissen. Er hat zwar Allah gedient und hat Allah angebetet, aber er hatte kein Wissen von der Religion gehabt. Er hat gesagt, dir vergibt Allah nicht mehr. Dann hat er den auch umgebracht, weil er vielleicht wütend war oder was auch immer. Dann ist er weitergezogen. Und dann kam er zu einem Gelehrten. Deswegen, man fragt Gelehrte. Man fragt nicht hin, so ein Kunst, der in der Moschee am Beten ist. Mein Opa hat gesagt, mein Vater hat gesagt, man fragt den Gelehrten. Man fragt die Leute, die gelernt haben. Gelehrter ist nicht ein Gelehrter, unbedingt ein Alim im Sinne von islamischer Gelehrter, der 30 Jahre studiert, aber jemand, der Wissen hat, der fundiertes Wissen hat von der Religion. Was hat er zu ihm gesagt? Wandere in diese Stadt aus, denn dort sind rechtschaffende Menschen. Das heißt, er muss sein Umfeld ändern. Weil er in seinem Umfeld in der Gefahr ist. Dann ist dieser Mann ausgewandert. Fast auf der Hälfte des Weges ist er gestorben. Und im Endeffekt, ich will die ganze Geschichte nicht erzählen, hat Allah ihm vergeben. Weil mir geht es nur darum, er musste sein Umfeld ändern. Man muss sein Umfeld ändern. Ändere dein Umfeld. Und selbst wenn du in eine andere Stadt ziehst, dann ist es sehr häufig so, dass die Freunde, die man um einen herum hat, diejenigen sind, die einem in die spezifische Sünde hineinziehen. Gelüste beispielsweise. Du hast Leute, die sind jedes Mal, wenn sie mit dir zusammen sind, über Gelüste am Reden. Was sie für Hengste sind, was sie alles gemacht haben. Und sie ziehen dich damit rein, sie verführen dich mit diesen Gedanken, mit diesem Gelaber. Es gibt dann zum Beispiel Wettkämpfe zwischen Männern. Jeder will der größte Hengst sein. Der erzählt diesen, er hat das und ist so ein toller Liebhaber und bla bla bla. Wobei 90% der Geschichten meistens sowieso immer erstunken und erlogen sind. Und so fängt man sich an gegenseitig, fängt man sich an gegenseitig einen Wettbewerb hinein zu katapultieren. Ändere dein Umfeld. Und wenn du dein Umfeld nicht ändern kannst, dann sag den Leuten, die reden, Mund zumachen. Ja, weißt du, boah, früher in der Jailia-Zeit, da habe ich dieses und jenes gemacht. Und hier, siehst du, alles nur dummes Gelaber. Das Quatsche braucht man nicht. Der Prophet, a.s.w. sagte, Wer an Allah an den nächsten Tag glaubt, der soll Gutes reden oder schweigen. Dann, andere Leute mit Geld. Es hat oft etwas mit ihrem Job zu tun, mit den Leuten, mit denen sie zusammen sind. Sie haben zum Beispiel in einem Job zu tun mit Betrügern. Autohändler. Das heißt jetzt nicht, dass alle Autohändler Betrüger sind. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht. Aber es ist zum Beispiel eine Firma mit Leuten, die betrügen. Leute, die einen reinziehen in Haram. Die andere und irgendwelche krummen Geschäfte machen und einen mit reinziehen. Und er will dann die Brüder, in Anführungsstrichen, nicht verraten und macht dann mit, weil er sonst ein Verräter ist. Wut. Es kann sehr stark an dem Umfeld liegen, wo du bist, weil du vielleicht um dich herum nur Leute hast, die dich wütend machen. Leute hast, die verräterisch sind. Leute hast, die Feiglinge sind, die dir auf die Nerven gehen. Du musst dein Umfeld ändern. Ändere dein Umfeld. Deswegen war die Hijra immer schon ein Mittel gewesen, immer schon ein Mittel gewesen, um vor Dingen wegzugehen, aus dem Weg zu gehen, die einen in Haram hineinbringen. Die zweite Sache ist, dass man sich immer wieder sein Ziel vor Augen führt. Sein Ziel vor Augen führt. Was ist dein Ziel? Dein Ziel ist das Paradies. Und das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringen, ist das, was aus dem Mund kommt und das, die Geschlechtsteile. Sagt der Prophet, Das ist das, was die Menschen am meisten in die Hölle bringen, die Geschlechtsteile in den Mund. Denke darüber nach und denke über den Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala nach, den du bekommst und denke über die Endlichkeit dieses Lebens nach. Aber das schaffst du wieder sehr, sehr stark durch das Umfeld. Wenn du mit Leuten zusammen bist, die den Koran lesen, mit Leuten zusammen bist, die sich mit der Sunna beschäftigen. Und damit meine ich nicht unbedingt Leute, die einen langen Bart haben oder schöne islamische Kleidung haben. Denn viele davon sind nicht unbedingt die Religiöses, sind nicht unbedingt besonders religiös. Sondern es kann auch auf der Show sein. Deswegen möge Allah uns davor bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Denn es ist tatsächlich so, dass es bei sehr, sehr vielen Leuten wenig Substanz gibt. Es ist bei manchen Leuten auch cool, islamisch rumzulaufen. Man fällt auf. Wer denn in ein anderes Umfeld gekommen ist, hätte sich gleich einen Ring durch die Nase gemacht oder im Gesicht tätowieren lassen. Aber für ihn ist das eine Modeerscheine. Das ist cool. Deswegen möge Allah uns bewahren. Und deswegen sollte jeder sein Umfeld genau auswählen. Denn der Prophet, a.s.w. sagt, eine Person ist auf der Religion seines engsten Freundes. Also soll man genau schauen, wem man sich zum engen Freund nimmt, mit dem man immer zusammen ist. Wie gesagt, das sind nur kurze Ratschläge. Schaut, wo eure Probleme liegen. Schaut, was ihr tun könnt. Und ganz wichtig, entweder auswandern und die Auswandern kann auch sein, dass man sich ein anderes Umfeld vielleicht in derselben Stadt sucht. Leute meiden, die einen in den Haram hineinbringen. Und natürlich viel Koran lesen, Zikr machen, Schutz suchen lesen, insbesondere nach Fajr. Das ist ganz wichtig. Und nach Asar. Und nach jedem Gebet, Ayat al-Kursi. Wenn man aus dem Haus hinausgeht, die entsprechende Dua machen. Allahumma in ya'udhu bika na dilla u dalla wa zilla u zalla Die Dua. Wenn man ins Auto hineingeht, die entsprechende Dua machen. Das sind die Dinge, die einen schützen. Das sind die Dinge, die ganz wichtig sind, die einen immer wieder erinnern. Und natürlich auch spezifische Dua machen. Spezifische Dua machen. Sagen zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel das Problem hast, dass du in Fitna verloren bist mit Frauen, und sagst, Oh Allah subhanahu wa ta'ala, lenke mein Herz, lenke mein Herz weg von dieser Fitna. Mach das. Das ist wichtig. Allah sagt im Koran, Surah 2, Vers 186 Wenn dich deine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich höre das Bittgebet des Bittenden, wenn er mich bittet. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala. Bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch von euren Sünden wegbringt. Denn am jüngsten Tag wird eine Person, selbst wenn sie das ganze Leben für Allah auf dem Gesicht über den Boden gerissen wurde, das gering schätzen. Er wird jede Sekunde bereuen, die er nicht für Allah geopfert hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns helfen, von unseren Sünden Abstand zu nehmen. Das ist wichtig.